Tommy ist tot, Jessie ist tot. Ich finde, die Ellie hat ein bisschen mehr verloren als sie. Ah! 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 Ah tanto! Ah! 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 Gott! Scheiße! Scheiße! Miese Drecksau! Die! Was? Hm. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, scheiße. Die Ellie kann sowas halt. Oh. Okay, das hat nicht funktioniert. Das war dumm. Oh, das war doch nicht wahr. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das kann doch nicht wahr sein Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße Ich lauf noch voll rein Wie soll ich die denn erwischen, Mann? Wie kriege ich die denn? Das kann doch nicht wahr sein? Das kann doch nicht wahr sein Suche im Lauschmodus nach Sprengfallen Was für ein scheiß Tipp Die ist einfach Die ist einfach haushoch überlegen Ich kann gar machen, was ich will Ich kann mich mit ihnen arbeiten, was ich will Ich bin mir hier im Blut Ich bin mir im Blut Ich bin mir hier im Blut Ich bin mir hier im Blut und ich bin es 깊取et Und ich bin mir Was zuhören, Martin? Ja! Stopp! Hör, stopp! Sie hatte nichts damit zu tun. Sie ist Schwager. Gut. Abby. Ich hab's doch geschafft! Ich hab's doch geschafft! Nein! Da dachte ich damals, das Spiel wäre vorbei. Nein! Ań ! Ań! Ań! Da voll der Asiaten-Boy. Ah, was gibt's, ihr kleinen Krümel? Hey, danke fürs Abwaschen. Du kannst mir danken, indem du für Musik sorgst. Ich seh mal, was ich tun kann. Wie wär's mit Musik? Ich geh jetzt gleich. Nach der Zwischensequenz geh ich schlafen. Weil den letzten Abschnitt, den mach ich dann hoffentlich jetzt Montagabend und dann ist es endlich durch. Oh, seht ihr diese Moves an? Oh, diese Moves? Ja. Guck dir Mami an. Oh, wow. Oh. Das macht mich irgendwie an. Ist schräg. Ja, ich weiß. Okay. Okay, du lenkst mich an. Ich weiß. Okay, okay. Geh. Okay. Oh, hey. Ich glaub, Olli ist noch draußen. Pullst du ihn bitte rein? Ja, klar. Willst du Luft schnappen? Traktor fahren. Na los. Hey, Olli. Was machst du hier draußen? Schön festhalten. Ja, na also. Wunderschön, oder? Hey, weißt du was? Ich werd dir zeigen, wie mein Gitarre spielt. Wenn deine Hände größer sind. Und du dir nicht mehr da unten in die Hose scheißt. Ist schon okay. Das machen alle. Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Ach, viel älter. Okay, kleiner Mann. Geh mir mal zu Mami. Der Diener gehört das Kind. Ich werd' jetzt die Wäsche aufhängen. Oh, mein Rücken. Schaffst du's? Ja, ich schaff das. Meinst du, er braucht seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Okay. Mehr? Sag, wenn ich aufhören soll. Soll ich aufhören? Okay. Es reicht. Im Ernst. Wenn du neu bist, kannst du's ja nicht wissen. Okay. 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 Schade, ich dachte, der liegt jetzt wieder hin und ich habe meine Ruhe. Wer ist Tante Talia? Wer ist der süße Junge? Das weiß ich doch nicht mehr. Das ist ja 30 Stunden Spielzeit her am Anfang. Ja, das weiß ich ja. Ich weiß ja, von wem das Kind ist. Eigentlich würde ich gerne einfach nur jetzt den Auslöser triggern, dass es hier weitergeht. Tina hat keinen Mann. Willst du es streicheln? Hier. Okay, also dann. Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. Genau so. Gut gemacht. Yeah. Hey. Hey. Ich kann ihn nehmen. Bringst du die Schafe in die Scheune? Nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja? Ja. Ruhe dich mal aus. Okay, hier. Na, also. Komm her. Kuschel dich rein. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Pst, ich bin der Superschäfer. Wieso sagt sie das? Ist Eugene nicht der aus Walking Dead, der Idiot? Wieso sollten die keine Schafe haben? Schafe, wenn du älter bist, wirst du diese Witze schon zu schätzen wissen. Okay, einer noch. Steht ein Schaf und ein Rasenmäher auf einer Wiese. Sagt der Schaf, meh. Meist der Rasenmäher. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ja. Mom gefällt dir auch. Okay, Schafe. Wir sehen uns morgen. Hey, wo kommst du her? Hallo, keiner freund. Oh! Okay. Feierabend. Nein! Nein, nein, nein. Nein, nein! No! Go, go! Bitte nicht! Hey, ähm, seh mich an. Alles gut. Du bist zu Hause. Du bist zu Hause. Atmen, atmen. Ich kann nicht. Okay. Ich kann nicht. Ich nehm. Okay? Na komm. Komm her. Komm schon raus. Ist okay. Tut mir leid. Ich weiß nicht was. Ich hab nur die. Ist okay. Na alles. Hey. Oh man. Alles gut. Wir hatten schon lange keine Aufregung mehr. Hm? Oh man. Wenn wir einmalять. Tschüss. Okay. Hasenbraten. Ein Pferd. Wir haben Besuch. Hey, Tommy. Da bist du ja. Hier, ich nehm ihn. Komm her, großer. Und zurück zur Mama. Ja. Oh, es geht schon, es geht schon. Hey. Hey. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Er wird immer schwerer. Weiß. Er besteht aus lauter Muskeln. Bei euch alles gut? Wie geht's, Maria? Oh, ihr geht's gut. Wir, äh... Wir nehmen eine Auszeit. Ach, das tut mir leid. Nein. Wir haben lange drüber geredet und, äh... Wir wollten es beide so. Okay. Oh. Setz dich. Ich will dir etwas zeigen. Also, ich hab monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir. Und erzählt mir von einer Frau, mit der er gehandelt hat, auf seinem Weg durch Kalifornien. Er sagt, sie war stark wie ein Ochse. Und sie hatte einen Jungen bei sich mit vernarbtem Gesicht. Und dass sie an dieser Küste leben, auf einem Segelboot. Auf erbarmungslos. Also, höchste Schwierigkeit. Das ist abgehakt. Okay. Tut mir leid. Tja. Ich kann nicht gehen. Ich weiß. Es ist wohl leicht, sie zu vergessen. Wenn man es sich hier draußen bequem macht. Ich lass sie bösen. Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Wie erbärmlich. Kannst du ihn bitte nehmen? Ja. Ja. Alles gut. Alles gut. Hey. Was zum Teufel war das? Nichts. Scheiße, Tommy. Du weißt, was wir durchgemacht haben. Spar dir das. Sie hat mir ihr Wort gegeben. Das ist mir scheißegal. Das merkt man, Tina. Das ist ein Gottverdämmtes Problem. In einem resortant. Ich bin ganz gespannt. Und er wird ganz gespannt. santa barbara ach so auf ps5 spiel ich es gibt es auf pc nicht das spiel das kann man nur auf playstation spielen deswegen verstehe ich nicht warum ich immer fragen ob ich auf ps oder auf pc spiel nein ist nicht auf pc rausgekommen das stimmt nicht part 1 ja gibt es auf pc part 2 gibt es nicht auf pc das stimmt nicht die werden den zweiten teil auch neu auflegen und dann wird es wahrscheinlich auf pc geben aber das wird noch dauern mir fällt auf ich habe die eine szene wo sie den songs singt gar nicht gesehen du bist auch noch da ist wenn du eingeteilt wirst wahnsinn sie macht sie macht verstehe okay ich gebe euch beiden zwei wochen dann seid ihr wieder zusammen wohl kaum hat sie was zu dir gesagt sagen wir eine woche ach windhund ist auch noch da tapfer tapfer hey denk dran dass wir früh los müssen also ruht euch aus ja sir so ein arsch ach komm fang du nicht auch noch an okay ich habe eine sehr ernste frage an dich wie schlimm rieche ich wie ein tapfender müllberg hoch hoch okay wie ist das eklig dir gefällt es doch jeder kerl hier drin stört dich gerade an vielleicht vielleicht starren sie auch dich an vielleicht starren sie auch dich an ich bin nur ein mädchen keine bedrohung ach elli ich glaube sie haben grund dich zu fürchten das ist ein familienfest das ist tut uns leid denk nächstes mal dran wenn kinder da sind ja weil du ja so ein tolles vorbild bist genau das hat uns noch gefehlt noch eine vorlaute lesbe was zur hölle hast du da gesagt elli elli lass gut sein bis dich gefälligst hände weg von mir hey es reicht komm mit du beine vertreten was ist mit denen kümmer dich um dich selbst los geben wir an die frische Luft alles okay kleine was ist los mit dir er hatte nicht das recht und du etwa scheiße ich brauch deine hilfe nicht joe okay natürlich hat man es damals zum vollen preis gekauft ist doch völlig normal jedes spiel wird günstiger wenn man zehn jahre wartet hey hey ewig her dass er so lange geschlafen hat war ein langer tag ja er ist okay komm ins bett wir reden morgen darüber okay ich muss es beenden du bist tommy nichts schuldig ich kann nicht schlafen nicht essen nicht ich bin nicht wie du Dina was meinst du mir fällt das leicht für dich und für ihn halte ich durch ich liebe dich wer weiß es bleib ich kann nicht und jetzt soll ich hier rumsitzen und auf dich warten für wer weiß wie lange während du die ganze Zeit über tot sein könntest ich hab nicht vor zu sterben ach ja tja jesse auch nicht oder joe hey warte hey hey komm schon wir sind eine Familie sie kann doch nicht wichtiger sein als das nein ich mach das nicht nochmal das liegt bei dir das liegt bei dir bei uns ist immer nein ich 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 sie ich 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 2-4, 2-5, Konstanz. 2-4, 2-5, Konstanz. Okay, Konstanz. Jetzt müssen wir nur... Oh, in dieser Straße waren wir schon letzte Woche. Dass du wirklich dafür eine Pistole eingetauscht hast. Es ist eine Spur. Nie im Leben hat der Typ hier Fireflies gesehen. Hör auf. Ich hab dabei ein gutes Gefühl. Tja, ich aber nicht. Komm schon.